Musik Geht's her? Ist so geil! Die Soundeffekte sind großartig. Ah, die Kanone war ja schon voll! Das ist wie bei Kirby's Dream Land. Maaan! Nein! Damn it! Du musst zur Seite dann, wenn du ober bist. Jetzt fällst du wieder ins Loch rein. Na, open the door. Das ist jetzt vieler Treppengeräusch! Wir sind wieder in den Hauptraum, ne? Jo, wir sind irgendwie wieder... Ich. Ich sind wieder! 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 Ich sind wieder geht Sersen! Auf da war ich schneller, du Kappel! Ich bin mal denn jetzt! Scheiße, ich bin kurz vorm Verdecken! Da braucht man wohl... Da braucht man wohl einen neuen Sound! Wieso habe ich denn eigentlich erst 42 von diesen Dingen und der Madcar 600! Bibel! Bibel! Siss erklärt alles! Fuck! Wir sind Bibles schlecht! Wom denn? Oh oh! Oh yes! Hör doch mal auf! Wollt ihr die Bombe schmeißen im Sack hin? Jawohl! Dann viel Spaß! Wirst du? Ah! Dann wird's noch schneller! Super! Super! Ja, aber die müssen wir noch so treffen! Ja, super! Etwa spielt nur Singleplayer! Ja! Wir müssen ja wieder um! Wir müssen ja wieder schlechte Boots! Solange wir das Spiel packen... Ja! Wart doch mal auf Leute! Wir haben einen Grundschmeißer! Unbekommene! Wenn ihr rollt, könnt ihr dem Ding ausweichen! Okay! Achtung! Geh weg! Ich hab ihn erwischt! Geht der ab, bitte! Oh, mein Geld! Nein, Geld! Du hast... Das sind Massen, ey! Können wir ja da abgehen! Sehr tot! Oh Gott! Die sind so schlimm, ey! Das ist so schlecht! Nein! Geh alles dahin! Das ist voll die Reizüberflutung, ey! Ja! Ja! Fertig! Das hat irgendwas mit den Ruppies zu tun! Ja, wahrscheinlich! Vielleicht insgesamt mehr als 1000? Jetzt haben wir wieder den Superangriff! Da unten ist doch noch ein dicker! Ach ne, das war die Hand! Das war das Hut! Ich glaub weh! Ich weiß nicht! Hätt doch mal auf! Nimm mir Ärzegriffe! Ja, ich mach das zum Rollen! Ich zauber was? Nicht gut! Hä? Da kamen nur die Bosse und die Gegner raus, glaube ich! Die schwarzen Löcher! Den Platz hat er! Oben rechts war was! Uh, ja dann rechts! Wir müssen ja erstmal eine Seite machen! Perfekt! Gehen wir rüber! Oh, entschuldige! Ach, der ist doch wieder unser Freund! Aaaaaaah! Er hat doch uns, ey! Sack! Sackgesichter! Oh, ja! Da waren doch noch Stacheln und... Fuck! Nein! Oh! Wir müssen A gleichzeitig! Warte! Eins, zwei, drei! Aaaaaaah! Hopp! Und jetzt fang ich wieder! Oh, Mann ey! Was macht ihr hier? Schnitt Ansage! Aber vielleicht erstmal da oben gucken! Hä? Toll! Da läufst du rein ins Dunkel und fällst runter! Was ist das denn? Komm mal einer mit Lichter rein! Cool! Feuer! Vielleicht wenn einer da draufsteht, dann sieht man was da drin! Wahrscheinlich, ne? Dann geht mal rein! Ja! Und jetzt siehst du nichts mehr! Cool! Ah! Das ist Dachfenster! Ja! Sau cool! Ah! Hilfe! Komm mal rein! Es sind drei so Dinger gespawnt! Soll ich das Licht ausmachen? Ja! Das siehst du denn immer! Ich hab Platz! Mir hat es auch ein Hunderter gegeben! Weil ich nicht alleine ist! Na, du machst das Licht aus! Boah! Ein Sora! Echt? Ja, super! Und wie komme ich da nachher durch? Ich hab grad mein Gang... Du gehst nicht schweigen! Ich hab die grad so voll fallen lassen! Oh no! Nein, nicht schweigen! Sonst freut der mir! Super! Cool! Zora! Ich seh's! Wir holen den dann nur raus! Cracky, du musst warten! Die rote Zora! Wir haben dir was mitgebracht! Der muss da oben! Ja! Wir haben dir was mitgebracht! Mein Freund! Habt ihr mir einen Freund mitgebracht? Wollen wir den Trauch tragen? Hi, Alter! Achtung, der nächste Mal! Gucken wir jetzt wie dein Loch fällt! Wenn du den Krass jetzt in irgendein Loch schmeißt du Sprit in den Zora hinterher! Deine echte Seite jetzt! Wohin? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Die Bomben sind echt amoi! Ja, die sind krass! Die haben voll Schiss! Boah, voll der Hammer! Ah! Was ist denn da jetzt für ein Krass? Boah! Der Zora! War der? Nee, ist der da oben der Spass! Wir müssen den Hebel schnell ziehen! Wir müssen den Hebel schnell ziehen! Was ist das denn für ein Haken? Die Sache hat einen Haken! Was ist das denn? Was ist das? Ist das was zum Ziehen oder so? Was ist das? Ja, ist zum Ziehen! Wie ist das? Mega Hebel! Okay! Ja! Voll die Animationsphasen! Vier Stück! Der ist schlecht geölt! Ah! Die Dinge! Oh ja! Damn! Ich liebe sie! Zelda 1! Ich hab mal den Bogen gegeiert! Bogen! Zauberstab! Bombe und äh... Boomerang! Ich hab den Boomerang! Ich hol mal auch einen Bogen! Boomerang! Noch mehr Zoras! Stay back! Das ist dangerous! Du kannst einen aus dem Bildschirm schieben! Du kannst einen aus dem Bildschirm schieben, ey! Jetzt haben wir zwei Zoras, ja? Ja, wir müssen die retten aus dem Verlies! Wahrscheinlich! Die machen uns ja zu dir aus! Ich glaub ich nehm ja auch den Boomerang! Die Bande am Hals hier! Der Boomerang ist geiler als der Boomerang! Sora Rescue! Ich hab jetzt voll die Truppe am Start hier! Hedikopter! Jib jib jib! Jib 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 jib! Ah, die machen jetzt hier... Die bringen die jetzt um! Achtung! Boah! Fusion! Als hätt ich gewusst! Was zur Hölle? Das sind Männer und werden zu einer Frau! Japan, man! Das ist meine Message! Japan, man! Die sind alle voll gesetzt, oder? Attack! Das heißt wahrscheinlich, wir müssen die zuerst weggefüllen! Die holt jetzt ab und... Fight! Boah! Holy Shit! Okay! Zora Power! Die schlafen jetzt alle! Hat das eine USK-Fregabe! Das ist schön gemacht! Die haben dich auch gern gerettet, was da rum ist! Ja! Ja! Das ist ein Zack-Boy! Ja! Das sah so aus! Das ist sogar wie die Köpfe immer so runterhecken! Boah! Krasse Vorhänge! Die kann man zerstellen! Boah! Ich hab was gefunden! Ja, das war's was das! Vorhänge kaputt geschlagen! Da war doch der Gang dahinter! Gute Sing! Der Gang das! Auch noch jemanden! Guck mal! Das ist doch das... Q3-Logo da oben! Oh ja! Müssen zwei auf die andere Seite! Er ist in der anderen Seite! Sag mal hinter uns! Ja! Dieses Gitterfenster, ne? Looks like Quake! Ja! Was ist Quake 1? Ja! Guck mal! Oder Quake 3 wahrscheinlich ein bisschen! Das hat doch noch drei Striche, oder? Ne, das haben wir so... Ja, das war so drei und so nach hinten so... Im Augenblick liegt Paco! Quake 3 hat nicht drei! Das hat unten so... Unten halt so drei, weil das dann so... Doch für drei nehmen wir so nah nach hinten liegen eigentlich, deswegen... Ja! So, bis die Jungs mal da sind, ey! Come on! Schwert in die Höhe! C-Moll! Ja! C-Moll! Ha! Abgegreiert! C-Moll! Ich bringe dann wieder die Scheißwertung! Nur euch aus Versehen da drauf gelaufen! Boah, da kommt wieder der Lungs! Achtung, Bombe! Ist wieder pures Chaos! Ja! Ach, sie, Entahacken oder was? Wir können mal hochklettern! Ja! Ja, ja. Ne, klar. Ich hab mal da wieder rausgeschoben. Der Matt braucht schon wieder nur, als er den grünen Ding rennt. Schau. Oh, yeah, hier oben ist Action. Hier oben ist richtig Action. Ist das nur da hingekommen? Ist links nochmal ein Ausgang oder was? Items. Ich will keine Ruine, nur Items. Ich hab hier wieder in Gang gefunden. Yeah. Kann man gucken, was da drin ist in der Kiste? Ich hab ein Schlauenherz. Oh, yes. Wir müssen auf der Seite schieben. Wir müssen auf der Seite schieben. Cannon-Troller. Nicht nur Cannons. Man. Egal dieses Side-Scroll-Part in Zelda immer. Das ist so geil. Es ist unmöglich, da immer direkt die Kante, das nächste Ding zu treffen. Dann war wieder einer mit einem Stamm schneller. So. Jetzt hab ich's geschafft. Ja. Kann ja in der Luft Bomben droppen, ey. Ja. Es ist ein Schlauenherz. Ich bin ein Schlauenherz. Es ist ein Schlauenherz. Ich bin ein Schlauenherz. Es ist ein Schlauenherz. Es ist ein Schlauenherz. Ja, merkst du was die Stelle jetzt da aussieht? Ja, weil du darfst nicht ganz nach links oder ganz nach rechts. Ja, hör doch mal auf. Jetzt darfst du ganz nach unten geworfen. Ich hab's natürlich reinzuverstanden. Vielen Dank. Ich hab's natürlich reinzuverstanden. Ich hab's direkt auf den Anhieb geschafft. Oh Mann. Das ist hart. Hallo. Ja, komm stell dich auf. Jawohl, ich hab's geschafft. Der und seine Bomben, ey. Oh, oh, oh. Wir werden uns jetzt das Leben retten. Ach, kommt Aga an ihm her. Ach, kommt Aga an ihm her. Kommt Aga an ihm her. Kommt Aga an ihm her. Kommt, komm. Mann, lass doch mal die Bomben sein. Bringt nix. Da fliegen die Pfeile hin und her, aber... Ah ja, das wäre bestimmt, oder? Ja, bestimmt so gegen... Zurückschlagen, das Ding. So meinst du das? Shit, das bringt's nicht. Vielleicht die kleinen oder den roten? Die kleinen oder die kleinen oder? 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 Doch, die, die jetzt zurückkommen. Aua. Ah, wir müssen das gleichzeitig... Oh, das ist jetzt schwer, ey. Ja, das fängt mit Grün an. Okay, Achtung. Moment. Rot. Warum schleudert der ihn auch in deine Richtung? Blau. Lila. Ohhhh. Rütt, das ist ein Scheiße. Ja, warum schießt der denn immer nur? Achtung. Jetzt hör auf. Rot. Ja, wir müssen ein bisschen weiter auseinander spielen. Ja. Alle in die Ecken. Achtung. Rot. Lauch. Du drückst B, oder? Nur B. Ja. Bei mir schießt der dann immer mehr so ein Ding, weil das diept ja irgendwie. Rot. Blau. Achtung. Rütt. Bam. Achtung. Gleich schießt er wieder auf. Achso. Nicht nur Diamanten. Wie heißen die eigentlich? Rubine. Rubine. Rubies. Rubie. Rubie. Rot. Blau. Rütt. Rot, blau. Rot, blau, Rütt. B. Mann, voll. Ja, ja, ja. Und jetzt fahr auf dich fressen. Ist cool. Ist geil gemacht. Voll. Ab der Feige. Guck mal. Man kann die Bogen ja auch aufladen. Guck. Cool. Du hast ihn schon weggekommen. Echt? Woll weggeschossen. Guck mal. Boah, wie hat's geblobst, Katrin. Boah, wie schlafen. Ne, ich war nicht glücklich. Voll der Regenbogenbogen. Achtung! Regenbogenbogen. Sorry! Geht mal weiter in die Enkels. Autsch! Zu nah dran an mir. Gebt weg! Yeah! Bring ihn um! Willst du mich besser rangelaufen? Das wird jetzt etwas wehtun. Meinem explodiert den die ganze Zeit. Das wird jetzt etwas wehtun. Also das rechne ich dir jetzt hoch an, dass du am Ende nicht jetzt erhascht warst. Es gibt eine positive Wertung im Weltkauf. Was? Erhascht? Ja, dass du jetzt nicht die Rupees da gesammelt hast. Wir kommen jetzt das Ding. Das ist ja positiv. Wir haben die erste Schruller. Der Madcore eben nur angetäuscht. Ich hol mir nicht die Rupees und kriegt jetzt wahrscheinlich das erste Übereitung. Ich krieg die Prinzessin, so sieht sie. Erste. Erste Wildreihe. In der Castle Crashers. Ja. Das wär cool. Kommt jetzt nochmal so ein Battlescene. Ja, gegeneinander kämpfen. Das ist mal ein Diamant, ey. Ja, den will der Madcore nämlich. Der täuscht mich nur an. Ja. Hol die Tussi da raus. Ah nein, nicht kaputt machen. Mach ich doch nicht kaputt. Das ist ja doch relativ zeitaufwendig. Mach die Liebe. Lass die Liebe drin. Hat ja doch Umfang. Ich nehm sie mit. Das hat ja doch Umfang, das Spiel. Wo ist gleich. Ich nehme den Tag mit. In der Sie mit. Und in der Sie mit. Nachher. Noch ein. In der Sie mit der Leitungsmaß. In der Zeit. Frau.